hallo und herz und willkommen meine lieben freunde zu einer neuen folge unreal und der zug hat keine bremse und wir gehen auf ganz stark auf die 1000 meter zu und nur ein spiel darf die spitze aufheben aber das ist kein problem dann hebe ich halt die spitze auf warum gehst du denn unten liegt nicht okay ich gehe ohne tnt wenn wir ein problem haben muss unten aufmachen ja bin ich dabei okay ist offen sofort wieder das ist wichtiger aber gleich kein stein ja dabei hier achtung sprengung ich muss hier raus jetzt habe ich gleich ein problem von mir aus können wir auch zu machen 934 das ist die tausend meter heute in dieser schönen fall wir haben jetzt schon ein problem kritische geschwindigkeit wegen die lok aufzurüsten die geschwindigkeit zu reduzieren ja gut lassen wir machen kommen wir rüsten auf die lok ist dann unsichtbar das schaffen wir machen wir sagen ja was soll das denn effekt nutzen wir das ja gut kommen weiter wollen die tausend schaffen wie bei wie viel angefangen 900 ja mache ich doch drücken wird ein kind abgeschlappt irgendwo nein ja das war einfach nur das sind aber jetzt hier gleich immer weg immer weg machen ich war in der blase bin ich der meinung na ja gut ich bin stark ich kann mich auch nicht bewegen ich konnte mich gar nicht bewegen wir fangen richtig weit vorne an ich glaube ja das war es mit den 1000 metern in dieser schönen folge meine freundin der sonne aber ich muss eben gerade sagen wirklich ohne flachs ich war stark ich konnte mich nicht bewegen ja aber ich konnte mich nicht bewegen es gibt meine figur ging nicht ich war stadt 725 meter ich hing einfach nur um 725 meter leute wir sahen bei 900 heftig schöner bandsalat egal soll freunde der sonne wir werden es überleben das war knapp kann nur besser laufen das war knapp und das war so 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 ja meine lieben da sind wir einfach mal ein bisschen leider gewesen Egal, du wärst doch so jetzt drauf und packen, weil du hattest immer so was zu tun. Ja, ja. Alles, was jetzt produziert wird, ist Bonos. Okay. Das ist schön. Oh, hat das Ding mich getroffen. Hätte ich nicht mitgerechnet, bin ich ehrlich. Mich auch. Mich auch. Mich auch. Wir brauchen die. Noch eine Schiene. Na gut, haben wir ja. Wie gut, dass ich vorproduziert habe. Letzter? Ja, mach mal. Weil die Zusatzding haben wir mit 40 Sekunden auch geschafft. Ja, gut. Na, ist doch schön. Sind wir wieder bei dem Bahnhof weiter, wo wir eigentlich schon mal waren. Und ähm, es geht weiter. Das ist halt fresh. Ja. Steckst halt nicht drinnen, ne? Seid doof. Ne. Öh. Achtung, ich will hier TNT, genau da will ich TNT setzen. Ich nehme die Pflanzen gleich weg, warte. Na das okay? Untertitelung des ZDF, 2020 Schafft das? Nein! Schafft das? Schafft das? Schafft das? Schafft das? Okay. brauchte ich mal mit einem ding hier hinten und was ein ding ja ein werkzeug mit sauerstoff auch gut wurde es nicht da war weil da haben sie sich selber weggesprengt nimm was aus Ja. Ja, mach mal zu, ist egal. Du kommst nicht raus, ne? Ja, doch, ich würde rauskommen. Hier, rum, ne? Warte kurz. Das machen wir noch. Okay, wunderbar, ist doch gut. Der Geist, wir hätten den Geist wieder. Ja. Lass ihn uns dran machen, weil Arm oder nicht haben. Sehe ich genauso, so können wir wenigstens den hier machen. Genau. Okay, weiter geht's. Schade um die 1000 Meter, erinnert mich ein bisschen. Schade, schade um die 900 Meter. Benutze 5x Dynamit. Mussten wir hier lang gerne? Ja. Wir können unten lang dann. Stopp. So. Erste mal Dynamit. Schade. Ohne Stoff. Ohne Stoff. Tschöne. Schade. Ich auch. Wie gut, dass ich ihn noch mal gefüllt habe wegen Stiegen. Ja. Perfekt. Perfekt. Das ist bäumchenfest, ey. Drei. Pferd? Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ohne Stoff. die extra schraube haben wir auch ich bin auch noch reingelaufen habe das gesehen wir müssen auch zahle dynamit benutzen wir müssen auch schienen benutzen dynamit hast du ja wohl perfekt naja dynamit hatte ich nicht durch mal gucken ob wir auf die 900 wieder kommen nur 838 ein dynamit waren dafür würde ich tatsächlich die letzten wegwerfen den karten nein gehen ja den ich in hand habe was war denn das das ist da wurde einmal reinpacken kannst und danach kannst du mehr sachen nach so nah dann weg brauchen wir nicht können wir ein bisschen feuerwehr machen wir haben wir haben ich den wasser einmal ein bisschen weiter mit ich müssen wir jetzt nur ein spiel auf die spitze aufheben zu spät kommt mal mit tnt ja warte nach da hinten rein ja nein du hast mich da so in die ecke die ecke ich musste ja hier rein ja Ich habe wieder zum Faschi. Wir brauchen Schienen, 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 Schienen. Wir machen Schienen, Schienen, Schienen. Perfekt. TNT? Ja, hole ich mir. Ja, ich nehme mal das kleiner. Okay. Da oben rechts, ich hole die Schraube. Okay. 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 Oh, die Runde ist easy. Ja, das wird auch unsere letzte, unser letzter Bahnhof schon wieder sein. Zeiten gehen einfach zu schnell rum. Wir beenden die Folge an einem Bahnhof, wo wir schon mal waren. Ja. Das nächste Mal, in der nächsten Folge, würde ich sagen, machen wir raus ein bisschen... Ähm... Machen wir die 1000 voll. Dann machen wir weiter. Du kannst das machen übrigens. Habe ich schon. Warte. Okay. Ich würde sagen... Wir rüsten noch Dynamit auf? Ähm... Nochmal? Ja, 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 ja. Entschuldigung. Oh ja, wir könnten natürlich nochmal Dynamit holen. Da hast du recht. Ähm... Und ich würde sagen, wir beenden das schon. Und ich würde sagen, wir beenden das schon. Also, ich finde, da wo wir gequashed sind, war ärgerlich. Erstens, weil ich wirklich stuck war. Ich konnte mich nicht bewegen. Keine Ahnung warum. Ich hing einfach auf der Stelle fest. Und erst kurz vorm Ende ging, konnte ich mich bewegen. Keine Ahnung warum. Ich hing da einfach fest, ob ich an irgendwas festgebunden war. Das hat mich ein bisschen geärgert. Er war am Zug festgebunden, Leute. Ja, ja, glaub ich auch. Glaub ich auch. Sonst so... Beziehungsweise, solange du nur am Zug festgebunden bist und nicht an den Schienen. Das alles super. Du hast mir den Tag übrigens was geschrieben oder was gesagt. Was meint ihr? Also, irgendwie diese Blase, ne? Irgendwie in dieser Blase. Wir haben doch die... Wir haben doch jetzt diese, ähm... diese Pflanzen, die schießen. Wollen wir ja jetzt auch schon mehrfach betroffen. Ja. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, äh, wie ich mir das letzte Pferd angeguckt habe, dass wenn wir in dieser Blase sind, in dieser Wasserblase, wo wir Luft bekommen, also, ob jetzt der, äh, Waggon ist oder halt auch der Wassereimer, äh, da prallen die Schüsse dran ab. Okay. Also, wenn du da drinnen stehst, richtig in der Blase drinnen stehst, kannst du nicht getroffen werden. Natürlich machen sie auch nichts drumherum kaputt. Das hast du ja eben gerade selbst schon gesagt. Naja. Ja, eben gerade war es zum Vorteil, weil die haben sich selber kaputt gemacht, einmal, ne? Ja, ist richtig. Aber manchmal, wenn du da drei Pflanzen hast, du siehst auch mal die Schüsse nicht mehr. Ne, das stimmt. Super, super, super. Ähm, dankeschön für diese schöne Folge wieder. Nächstes Mal geht es mit drei Dynamitwagen weiter, die, äh, relativ gut sind. Und, guck mal, wenn wir Schrauben hätten, könnten wir noch weiter aufrüsten auf die Großen. Ja, ja. Also, wir müssen uns fürs nächste Mal, wir spannen jetzt auf die nächsten fünf Schrauben, damit wir den Dynamitwagen auch volle Leistung bringen. So, also, haut rein und bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.